Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Zusammengeschusterter Unsinn, der mehr Rosamutte pilchert als schwärmt. So bezeichnete Bestseller-Autor Frank Schätzing vorab die Verfilmung seines Weltbestsellers Der Schwarm. Das Ganze lief ja nun im ZDF an insgesamt vier Abenden und auch schon etwas früher in der Mediathek. Wir konnten ja auch noch ein wenig eher reinschauen und ja, haben uns nun den Rest gegeben. Und wer sind wir? Wir sind heute eine relativ große Runde. Zum Teil ähnlich wie in unserem Ersteindruck, in den ihr natürlich auch sehr gerne reinhören könnt. Aber ich stelle uns mal der Reihe nach vor. Da wäre zum einen, wie auch schon im ersten Cast, ein relativer Neuzugang beim Tele-Stammtisch. Aber ich finde es echt toll, dass er hier wieder bei ist, der David-Nabend. Guten Tag, hallo an alle. Und natürlich auch von der letzten Runde anwesend. Doch, du warst dabei. Genau, der Torben ist auch hier. Hi. Und last but not least jemand, der neu jetzt hier in der Runde ist, der auch schon mal, ja, so unregelmäßig eher bei uns zu hören ist. Aber er ist natürlich auch herzlich willkommen und hat auch, glaube ich, einiges zu sagen zu dieser Verfilmung von der Schwarm, nämlich der Manuel. Ja, schönen guten Abend. Ja, freut mich sehr. Ich bin gespannt, was das hier wird. Ich bin gespannt, wie lange das wird. Also, kurzer Disclaimer, wer das Ganze natürlich noch nicht gesehen hat, also noch nicht zu Ende gesehen hat, das hier ist ein reiner Spoiler-Cast. Wir haben alle acht Episoden Intus. Ich habe so viele Intus, dass es mir wieder rausquillt überall. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber, wie gesagt, reine Spoiler-Warnung sowohl für diese Verfilmung als auch eben das Buch, auf dem das Ganze basiert. Und Stichwort Buch, da haben wir zum einen den Torben, der ja relativer Fan des Ganzen ist. Der Torben hat hier aber nur ein kleines Gastspiel, denn wir holen nachher noch eine Kollegin rein, die ebenfalls Fan der Vorlage ist, soweit ich weiß, aber auch eher so das Hörspiel präsent hat. Die Brit-Marie, die werdet ihr gleich noch mal hören. Aber erst mal widmen wir uns in dieser Runde so allgemein dem Ganzen. Wer unseren Ersteindruck gehört hat, wird ja noch wissen, dass wir aufgrund der ersten drei Episoden, die wir vorab bekamen, beziehungsweise gesehen haben, ja, doch eher so ein bisschen ernüchtert waren. Bevor wir so richtig reinsteigen, gehen wir doch alle mal rundherum so ein Kurzfazit ab. Und Manuel, vielleicht auch mal ganz kurz mit dir fangen wir an. Mal so ganz kurzer Abriss. Wie stehst du zu der Vorlage? Was war denn jetzt so eine Erwartung an die Verfilmung? Und vielleicht auch so ein, ja, so ein kleiner, kleines Foreshadowing, wie es dir gefallen hat? Ja, ich habe das Buch damals gelesen tatsächlich auch. Das ist im Jahr 2004 erschienen. Da war ich alt genug und zu lesen. Habe aber tatsächlich kaum was in Erinnerung. Gerade was irgendwie Charaktere oder Zusammenspiele verschiedener Personen oder welche Personen überhaupt wichtig sind, da habe ich überhaupt gar nichts im Kopf. Und ich habe dann so ein bisschen mich wieder daran erinnert beim Gucken, was so die Grundstory ist. Ja, das heißt, es ist echt bei mir einfach lange her. Und darum bin ich, glaube ich, relativ unbefangen reingegangen, was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man so das Echo, was irgendwie so in den Medien kommt, richtig deutet. Und ich fand es eigentlich ganz okay. Sagen wir es mal so. Okay, ja, gut. Äh, ja, David. Ketzer. Feuer frei, ich weiß, dass du teilweise in die Gruppe geschrieben hast bei uns im Discord. Wenn wir es nicht für den Podcast machen würden, dann hätte ich schon längst abgebrochen. Also, ja, hau mal raus. Ja, ich finde das, ich fand es schwierig, ich, also klar liest man dann, ich habe nicht so viel gelesen darüber, aber man kriegt ja schon mit, dass es ja an sich auch drumherum schon viel Hate gab von vielen. Und man versucht sich davon ja nicht beeinflussen zu lassen. Und ich bin dann auch an die letzten fünf Folgen, habe versucht, dem nochmal eine Chance zu geben, aber das kam einfach nicht in die Puschen irgendwie. Und auch anfangs habe ich dieses Verpilcherung, die der Schätzing angesprochen hat, auch nicht so ganz verstanden. Ich hatte da den Eindruck noch nicht so stark, aber als ich dann die restlichen Folgen gesehen habe, dann konnte ich das komplett nachvollziehen. Oh, ja. Was ich schade fande einerseits, weil ich Schätzing nicht gerne recht gebe. Fühlt sich falsch an, ne? Ja, es fühlt sich wirklich falsch an. Und ich hätte tatsächlich, wäre das jetzt so eine normale Serie gewesen, die ich jetzt nicht aus professioneller Sicht irgendwie noch besprechen hätte wollen, hätte ich die wahrscheinlich nach Folge 5 abgebrochen. So, ja. Ich weiß, dass sich außer meiner Wenigkeit, die sich auch gar nicht vorgestellt hat, egal, noch jemand anders sich da eher so wirklich durchgebissen hat und jemand, der auch noch eher die Vorlage präsent hat, nämlich Torben. Wie war es bei dir? Ja, was soll ich sagen? Also, ich kann Frank Schätzings Kritik dazu verstehen. Ich sag mal so, ich hatte bei den ersten drei Folgen ja schon mal grob gesagt, was ich davon halte, aber jetzt als Endfazit muss ich sagen, die interessantesten Geschichten pro Episode sind immer so der Anfang und das Ende. Also Anfang 5 Minuten, letzte 5 Minuten, nein, jeden Episode dazwischen ist es echt teilweise arschlangweilig. Ich hatte nicht nur das Handy zwischendurch in der Hand, geschweige denn das Tablet. Ich war zwischendurch so gelangweilt, dass ich mir sogar angefangen habe, ein Sportprogramm rauszulegen, damit ich irgendwas zu tun habe, um nicht irgendwie dabei wegzudösen, weil es wirklich, es könnte, könnte Deutschland bitte mal lernen, in seinen Serien und Filmen vernünftige Dialoge zu schreiben. Das ist unerträglich gewesen zum Teil, diese Charaktere. Sie sind blass, du erfährst von keinem was, dauernd beklagen sie sich, wie scheiße Privatleben läuft und wenn es dann mal ein bisschen Science-mäßig wird, ist es dann so schnell weg vom Fenster. Aber, äh, kommen wir noch im Detail zu, sofern Zeit ist. Also ich bin nicht begeistert, Waff kurz rauszuhören, glaube ich. Dezent, ja. Nee, aber ich kann es auch von meiner Guck-Erfahrung so unterstreichen, sagen wir mal so, ich hab meine Nintendo Switch neben mir gedürmt. Fühl ich. Und hab zwischendurch ein paar neue Strecken ausprobiert und, äh, ja gut, also, äh, steh ich jetzt zu, weil, ganz ehrlich, äh, ein Stück weit hätte man vielleicht auch eher, äh, ja gut, ein Hörspiel gab's ja schon, aber, ganz ehrlich, man kann es gucken und, ja, es gibt hin und wieder dann mal ein bisschen Schauwerte, aber ansonsten wird eigentlich nur geredet und da kann man sich dann eigentlich auch auf, aufs Bett mal pfläzen, irgendwas anderes machen und sich das einfach nur anhören. Also verpasst hab ich dadurch, glaube ich, nicht großartig was, vor allem visuell. Ja, ich hab mir auch, äh, aufgeschrieben, im Grunde genommen muss die Serie heißen, äh, Menschen, die auf Bildschirme starren. Weil das ist das Einzige, was passiert. Ja, 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 Klaas Häufer-Unlauf hat das zur Perfektion getrieben in dieser Serie. Mit einem Gesichtsausdruck. Ich sag mal so, die Dokus im Anschluss waren interessanter als die, als die anderen Folgen davor, also, du kriegst ja noch, bin ja mit dir Text zur Dokumentation vorgeschlagen, die hab ich mir alle reingezogen, die waren wirklich interessanter. Gut, das war auch Terra X, das ist generell immer eigentlich nicht ganz guter Content, aber, ja. Ja, das ZDF hat einen ja förmlich damit zugeschmissen, einfach, ne. Also, äh, vielleicht guck ich da auch noch mal rein, äh, ich mein, ich, ich, äh, schlimmer als das Galileo-Spezial damals mit Tsunamis und dann, Frank Schätzchen kann's ja nicht mehr werden. Aber, äh, ja, ich bin, ich, ich muss sagen, ich bin auch irgendwie noch immer ein bisschen erschlagen. Ich hab ja wirklich in, in einem Anfall von Selbsthass hab ich mir wirklich heute vier Folgen geben müssen. Und, äh, ja gut, in den letzten beiden ist ja zumindest mal was passiert, aber davor, meine Güte! Ey, du hättest dir auch das Tablet auf dem Wand stellen können und dann, äh, machst du es dir an zum Einpennen irgendwie so. Abends, weil du verpasst halt auch so gut wie nix. Ja, wirklich, aber woran liegt das einfach, ey, das, also, wirklich, ich, äh, man kann mich ja gerne Lügen strafen, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass bis zur sechsten Folge teilweise noch neue Figuren eingeführt werden. Oder hab ich die schon wieder vergessen gehabt? Ich weiß es nicht. Nee, tatsächlich nicht, sie werden einem nur null vorgestellt. Ja, ja. Also, da gibt's halt Garantäere, die halt zusammengeschrieben werden. Es gibt noch ein zweites Forscherteam, was noch an Land forscht und eher so den Science-Wig noch ein bisschen sucht. Das fehlt komplett. Es wird alles auf dem Seeweg gelöst und dann gibt's halt noch so diesen, diesen, ich nenn ihn jetzt mal vorsichtig, Öko-Radikalen, den Grey Wolf, der, ähm, der eigentlich im Buch einen ziemlich präsenten Part einnimmt. Der ist hier zwar drin, aber, ja, der steht da einfach nur da so rum. Der hat nicht groß was zu tun. Äh, der wird gerade im Buch noch ein bisschen der tragische Held, Anführungszeichen, gerade auch. Also, so viel sei gesagt, im Buch ist der, ähm, Bodycount wesentlich höher, auch unter den Protagonisten, als das, was wir hier gesehen haben. Welcher war der Charakter in der Serie? Das war auch ein, äh, mit, das war auch einer mit Ureinwohner-Wurzeln, äh, Inuit-Wurzeln würde ich mal schätzen und, äh, ein Kumpel vom, vom, von Lien. Ah, okay. Der steht mal ein paar Mal an diesem Besprechungstisch da, als sie schon auf der Torwurzeln sind. Mhm. Und er hat halt nichts zu tun, er ist halt nur da. Und, wie gesagt, der ist im Buch schon eigentlich seit dem Angriff der Wale dabei, wo er noch versucht, die Touristen da zu verjagen. Weil er, wie gesagt, so ein, äh, so ein Greenpeace-Verschnitt da repräsentiert. Und das fehlt hier komplett. Also, ja. Aber Manuel, äh, kommen wir vielleicht mal zu dir. Du meintest ja, hattest du deine Erwartungen aufgrund des, äh, wirklich teilweise vernichtenden Presse-Echos runtergeschraubt? Oder wie war das? Nee, eigentlich nicht, weil wir haben ja das, äh, die Screener waren ja schon relativ früh, die wir bekommen haben. Das war ja alles vor der Berlinale. Mhm. Ich glaub, da war ja eigentlich noch gar kein Echo da. Und danach war das Echo dann eher so, dass sich halt alle draufgestützt haben und welche Twitter-Posts rezitiert haben und keine Ahnung was. Und einfach so einen Shitstorm losgetreten haben. Das fand ich dann generell irgendwie nervig. Und deswegen, weiß ich nicht, schlage ich mich vielleicht automatisch so ein bisschen auf eine andere Seite. Ich gehe auch bei sehr vielen Kritikpunkten mit. Also, es ist ja nicht so, dass ich, äh, die Serie jetzt als die größte Serie, äh, die Deutschland hier produziert hat, herhalten würde. Das merkt man leider null. Ja. Ähm, aber ich find, also ich find zum Beispiel gerade technische Schwächen, das ist, sieht teilweise einfach nicht gut aus. Teilweise sind sie ja irgendwie nicht mal mit dem Boot aufs Wasser gefahren gefühlt, sondern haben da irgendwie schlechtes CGI reingeballert. Mhm. Ähm, viel. Ich glaub, mein Vorteil ist wirklich, dass ich, äh, von den Charakteren aus den Büchern mich an gar nichts erinnern kann. Und die Charaktere, die da sind, sind okay. Es ist alles nicht super tiefgründig, aber ich fand auch diese, ja, Pilcherisierung jetzt nicht übertrieben schlimm. Dass es halt zwischenmenschliche, äh, Dialoge und Beziehungen zwischendurch gibt, fand ich jetzt nicht nervig. Mhm. Ähm, und auch nicht in dem Maße zu, zu übertrieben. Und ich fand's eigentlich ganz, ich hab mich nie gelangweilt, auch beim Gucken tatsächlich, weil ich das geschafft hab anscheinend. Du hattest keine Switch. Ich musste gucken, ja. Ähm, und ich fand es eigentlich immer ganz nett, dass man so am Anfang, also der Auf, die ersten, was war, sechs Folgen? Sind auf jeden Fall viel zu lang. Das kann man natürlich alles deutlich kürzer machen. Und man merkt halt, dass es ein deutsches, äh, CDF-Produktion ist. Aber dennoch fand ich's eigentlich ganz cool, dass man am Anfang immer so ein bisschen gesehen hat, okay, was ist gerade auf der Welt passiert? Ähm, dann, äh, wird irgendwie aufgelöst ein bisschen, wer sind jetzt die involvierten Leute? Und am Ende gibt's dann wieder einen kleinen Cliffhanger. Dann geht's in die nächste Folge, was ist, äh, jetzt gerade wieder so passiert. Das war also der Aufbau wahrscheinlich von vier Folgen oder so. Und, ähm, fand ich eigentlich relativ spannend oder interessant, sagen wir mal interessant. Und, ähm, ich fand dann, dass dadurch, dass so viele Orte auf der Welt im Grunde eine Rolle gespielt haben, dann verschiedene Forscherteams und Leute eine Rolle gespielt haben, die ja alle noch für sehr lange Zeit auch gar nicht irgendwie miteinander verbunden waren und erst über die Zeit dann alle zusammengekommen sind, ähm, und dann in Folge sieben und acht, würde ich sagen, ging's ja dann, äh, auch mal ein bisschen spannender her, ähm, fand ich das eigentlich alles ganz okay, muss ich sagen. Ich hab da nicht so die, äh, die, äh, Hassprobleme wie andere oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich fand genau das ein Problem. Also, äh, an sich natürlich schön, um die Dimension groß zu machen, dass es weltumspannend ist, aber es dauert halt sechs Folgen, bis die alle zusammenkommen. Ja. Und, äh, dadurch, das hatten wir auch in der Eingangsbesprechung ja auch schon gesagt, es ist zu zerfasert, zu zergliedert, äh, man springt zu sehr von einem Handlungsort zum anderen, man weiß gar nicht mehr, wer steht der zu wem. Und dann werden auch so komische Dinger da eingebaut, wie, äh, dass dann der Professor sagt, äh, zu diesen japanischen Unternehmen können Sie mir ein Treffen mit dem und dem ausmachen. Man, du hast zehn Minuten vorher mit ihm telefoniert, ruf den doch selber an. Also, warum muss das jetzt wieder über den Dritten gehen, damit wir den nochmal eingebaut haben? Ja, ja. Weil die Japaner ja auch was bezahlt haben. Da dachte ich mir auch, das ist ja komisch. Also, äh, du hast doch lang und breit dir den telefoniert, warum musst du jetzt da nochmal eine Erlaubnis fragen, dass der das organisiert? Die Japaner, die wirkten auch so implementiert, äh, also, ja, klar, die haben natürlich auch ihr Stück vom Kuchen und wollen es dann auch ausspielen, aber das wirkte irgendwie merkwürdig und sowas kennt man, also, äh, Japaner werden mich dafür hassen, aber sowas kennt man eigentlich eher, wenn Hollywood irgendwie versucht, China irgendwo reinzupressen. Ne? Äh, wo dann, ja, die chinesische Medizin ist die beste aller Zeiten oder irgendwie sowas in Iron Man 3 damals, ne? Ja, oder bei Mac mit Stelten Steffen. Ja, oh Gott, hör auf, hör auf. An, an dem musste ich teilweise sogar denken. Und das ist doch auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Unterschied zum Buch, oder? Dass es diesen Investor nicht gab. Naja, und das ist eine ganz schlimme Entscheidung aus meiner Sicht. Das wirkt da auch total so willkürlich, also, ach ja, sie haben mich jetzt überzeugt in den fünf Minuten und ja, ich finanziere sie jetzt mal eben, ne? Ich habe so viel aus den Meeren genommen, jetzt ist es endlich Zeit, was zurückzugeben. Genau, genau. Das hat mich teilweise echt an Moonfall erinnert von, von Emmerich, so. Der Mond hat eine Chance verdient, also haben auch wir eine Chance verdient, dieses pathetische Dummgeschwätz, wirklich, das ist so komplett sinn- und haltlos gewesen. Ja. Und guckt euch nicht Moonfall an, das ist ein, es ist ein Reinfall. Durchfall ist es. Daran krankt die Serie auch, es gibt ja in dem Sinne keinen richtigen Bösewicht. Ja, beziehungsweise die Bedrohung ist irgendwie, also klar, es wird immer gezeigt, äh, was die auslöst und, und welcher, äh, naturellen Mechanismen und, und, äh, Tools, in Anführungsstrichen, äh, sich, äh, die Earths bedienen. Die Irre, bitte, ja, so heißen sie eigentlich richtig und nicht die Earths. Ja, nebenbei, ähm, wie, wie, wie ist es im Hörspiel, weil ich bin ganz ehrlich, ich musste jedes Mal lachen irgendwann. Da werden sie die Irre genannt. Ja. Da werden sie die Irre genannt. Das war wahrscheinlich richtiger, aber das, äh, sie, sie erklären ja in der Serie nicht mal, wie der Name zustande kommt, es ist einfach so, ja. Doch, doch, er malt das doch. Ja? Er malt doch da an irgendeinem, ja, ja, er malt an irgendeinem Logo rum oder an irgendein, so ein Zeichen. Aha. Und dann bastelt er daraus ein Y, ein R und ein R und da dachte ich auch, wie billig ist das denn? Das ist ganz abstrus, weil im Buch ist es eigentlich ein Zufallsding, dass er seinen Bericht schreibt und er weiß halt nicht, wie er es nennen soll und seine Finger sind so auf Zufall, so die linke Hand ist so auf Y und R. Da denkt er sich, ja, warum eigentlich nicht und tippt dann halt so Y-R-R-R ein oder zwei R, was weiß ich. Ist jetzt auch nicht besser, oder? Das ist eher so ein Zufallsding, dass er mal guckt, wie hört es sich an und dann bleibt sie einfach da, als dass er sich da so aus dem Ärmel schüttelt. Ja, ja, so, ja gut, dann gefällt es mir im Roman schon irgendwie besser. Weil hier wirkt er es irgendwie sehr aufgesetzt und ganz ehrlich, man kann in den letzten beiden Folgen kannst du ein Trinkspiel machen damit, ey. Wirklich, das ist so und also auf dem Papier mag es ja vielleicht ganz cool klingen, aber so ausgesprochen klingt es einfach verdammt albern irgendwann. Als ob die jedes Mal so einen Würkreis dabei haben, wenn die das aussprechen. So, uuuh, keine Ahnung, total bescheuert, ey, wirklich. Also zur Aussprache, ganz kurz. Ich hab's, ähm, äh, sobald es ging, im Grunde auf die Originalfassung umgeschaltet, weil ich Fernsehfassung, also die deutsche Synchro im Sinne, komplett schrecklich finde. Mhm. Ja. Im Vergleich, weil die Leute halt ihre eigene Stimme hatten und so weiter. Mhm. Ähm, da fand ich wirklich, vielleicht ist das auch mit der Aussprache, was sie ihr jetzt angeht, nochmal synchronisationsbedingt, kann ich mir vorstellen. Möglicherweise, ja, die Synchro, ja gut, bei Leonie Benesch fand ich sie vor allem durchweg grauenvoll. Es ist leider wirklich so, sobald deutsche Schauspieler anfangen, sich selbst zu synchronisieren, hat das immer so diesen, ja, sie kriegen die Zähne nicht auseinander-Effekt. Ja, ja, hatten wir ja schon gesagt. Wir haben eine der besten Synchronabteilungen der Welt, möchte ich mal behaupten, und wir kriegen's sauber hin, Filme, Serien und was nicht alles wunderbar zu synchronisieren, aber unseren eigenen Filmen kriegen wir's nicht an, obwohl das angeblich ausgebildete Schauspieler sind, den wir da zusehen, und wo haben die bitte Sprachtraining genommen? Aber es ist eben auch, äh, also David hat das ja schon angesprochen, die Dialoge, und nicht nur die Dialoge, äh, sondern auch die Stimmung, die da so transportiert wird. Also bei vielen, also, das ist einfach auch so frustrierend, du merkst, dass das teilweise eigentlich echt gute Schauspieler sind, also Oliver Masucci zum Beispiel, auch wenn er wirklich nix zu tun hat, aber ein Großteil spielt von der Stimmung her viele Szenen immer absolut gleich. Das ist so eine, so eine Flatline bei manchen. Die haben auch eigentlich immer nur einen Gesichtsausdruck und auch keine wirkliche Persönlichkeit. Und dadurch bist du halt so, es ist dir wirklich scheißegal. Also, meine Güte, mir waren Figuren schon lange nicht mehr so egal wie in dieser Serie. Ja. Das ist ja, was ich meinte, du erfährst nichts über die. Die machen halt kaum eine Wandlung durch, labern ihre Texte so blutleer runter. Ja. Ich bin auch gerade in, ich fand den Cast zwar mega interessant, aber ich bin so enttäuscht auch von, ja gut, der Schauspieler kann eigentlich auch nicht viel mehr machen, als dass das der Regisseur zulässt oder im Drehbuch steht. Aber auch Anna Wack, die Buchkeller werden senken, was ein geiler Typ. Nee. Wo wir gerade wieder beim Anfangsmotto waren. Männer, die auf Bildschirme stachen, denn was anderes macht der gefühlt nicht. Entweder statt auf dem Greenscreen oder auf dem Bildschirm. Aber es ist, naja, das weiß ich nicht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen zu jung gecastet, oder? Der kann vielleicht sogar was, aber das hast du halt hier nicht sehen können, leider. Aber man hat so ein bisschen bei ihm immer das Gefühl, also mit ihm konnte ich am wenigsten anfangen tatsächlich. Und bei ihm hatte ich immer das Gefühl, er ist jetzt hier der totale übelste Wahlexperte und ist irgendwie, was, 25? Und ich bin so, okay, wo kommt das jetzt her? Ja, auch woher. So, gerade mal irgendwie studiert und auf einmal ist er da der, oder was heißt auf einmal, er wird so dargestellt, das wäre irgendwie der größte Wahlversteher. Das weiß ich nicht, wie das jetzt im Buch ist, aber das fand ich halt so ein bisschen unpassend. Und dadurch war das halt wenig glaubwürdig. Ja, auch wie er dann da einmal über seine Faszination für Wahle spricht und dann so, oh, ey, denke ich mir so. Also, das mag jetzt fies klingen, auch im Hinblick auf so, sag ich mal, die ethnische Herkunft, aber mich hat der teilweise an Taylor Lautner aus Twilight erinnert. Das stimmt nicht. Er hat immer ein T-Shirt getragen. Taylor Lautner hat eine T-Shirt-Allergie. Ja, gut. Da wirst du mehr als ich. Aber das, also wirklich, das ist, boah, nee. Das war teilweise echt ganz schlimm. Und das war auch so eine Figur, da dachte ich mir echt so, ey, komm, du stehst da jetzt auch nur im Raum und verbrauchst Luft eigentlich. Also, das ist, naja, wir haben aber noch ein bisschen was auf dem Programm. Torben, hast du denn noch so Punkte, die du gezielt wirklich ansprechen möchtest? Auch vielleicht den Hinblick auf die Vorlage. Also, da gibt es einiges. Ich will auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich auch nicht weiß, was Britt-Marie da so auf dem Kasten hat oder vorbereitet hat. Mein Anteil ist ja auch wieder begrenzt. Ich gebe das Zepter ja auch heute früher ab, hat man ja schon gesagt. Ich muss den Flieger kriegen. Mich. Genau, wenn du hier überwenden darfst, ich bin der Glasläufer Humlauf, der die komplette Sendung bleiben muss. ZTF? Nee. ZTF passt doch. Nee, nee, um Gottes Willen. Also, der Glasläufer Humlauf ist, ich mach mal so. Edelstatist. Über seinen Humor kann man streiten, meiner ist er jetzt nicht. Aber er ist nicht schuld daran, an der Umsetzung der Vorlage, wie sie geworden ist. Nee, das nicht. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass es ZTF halt wirklich die Grundvorlage hatte. Sie hatten alles Material, was sie brauchten. Dieses Buch ist über tausend Seiten lang. Es ist völlig in Ordnung, dass sie Leons Selbstfindekurs bei seinen Uraren da gekürzt haben. Sehr gut. Oder dass er halt nicht gezeigt hat, wie sich Wasserpartikel von den Gletscherspalten bis hin zum Ozean da aufspalten und verhalten. Aber was mich halt nervt, sind halt so Sachen, da gibt es halt diese Felsnase und darauf eine reale Angst, mit der wirklich gespielt wird im Buch. Und die es auch, glaube ich, sogar gibt es bei Sri Lanka, Costa Rica. Ich habe den Ohr jetzt nicht mehr im Kopf. Bitte reingrätschen, wer es weiß von euch. Da gibt es diese Felsnase, durch die sich diese Würmer eben unter anderem fressen. Und die kracht dann ab und die geht auf in einem gigantischen Tsunami, mit dem Europa halt ein sagenhaftes Problem hätte und im Buch auch hat. Also das, was man uns hier in dieser Serie von diesem Tsunami zeigt, ist wirklich ein feuchter Witz im Vergleich zu den Dimensionen, die wir im Buch haben. Klar ist mir auch bewusst, das ist vielleicht nicht so zeigbar, aber daran möchte ich es echt gern festmachen. Du hast da gerade bei diesem Tsunami, du hast da noch diese kitschige Szene, wie unsere Hauptprotagonistin da so die Hand reicht, ihr Freund noch so die Hand aus dem Auto reicht, sie streifen sich kurz und fahren dann so auf den Strand zu. Und dann geht halt die Hölle los eigentlich. Und dann siehst du noch so eine völlig unnötige Zeitlupe auf ihr Gesicht, wie so die Augen immer größer werden, kurz bevor eben da der Teufel los ist. Dann siehst du den Tsunami und ja, du siehst nicht wirklich, was die Folgen sind. Und du hast so unglaublich viel Zeit zwischen dem Erzählten, zwischen Anfang und Ende, dass du es immer nur so fünf Minuten anpitchst und du von keiner dieser Katastrophen wirklich eine Konsequenz siehst. Dieser Krabbenschwarm, der taucht einmal auf, es spielt nie wieder eine Rolle. Der Tsunami, es spielt nie wieder eine Rolle. Dieser Quallenschwarm vor Venedig wird nie wieder gezeigt, was damit ist. Die Pandemie, das fucking Trinkwasser wird vergiftet. Leute, wir haben es jetzt alle drei Jahre lang miterlebt, was es bedeuten kann. Allein schon, was das für eine Riesennummer dann war, alltäglich davon zu berichten und seriöse Meinungen und Wissenschaftsorientierung war gar nicht mehr möglich. Das ist hier mal so ein Thema, das passiert einfach. Ah ja, gut, ja, in China ist unser Kreis umgefallen, passiert einfach. Es ist komplett egal. Es spielt keine Rolle und das kotzt mich eigentlich auch schon so an, dass das, im Buch gehen sie teilweise echt noch so weit, dass sie diese Krabbenschwemme mit Flammenwerfern bekämpfen, um die irgendwie wieder zurück ins Meer zu treiben. Das ist hier null Thema. Auch auf dem Schiff, wenn sie da am Ende sind, das ist wirklich ein bombastisches Hollywood-eskes Thema, in der diese Irre wirklich mit Wassertentakeln angreifen und da Soldaten mit Sprengmunition rumballern. Das siehst du hier null. Da ist, das ist, sorry, aber das ist echt eine Frechheit, wie die teilweise damit umgegangen sind. Die haben einfach falsch gekürzt. Da ist echt da. Die haben die Action rausgekürzt und den Dialog drehen. Meine erste Reaktion war ja in der Discord-Gruppe, was zum Anker, so nach dem Motto, was habe ich mir gerade angeguckt? Ja, vor allem das Ende, da müssen wir eigentlich auch wirklich mal gesondert drüber sprechen. Also auch wahrscheinlich dann im Hinblick auf die Vorlage. Wobei, wir müssen ja Britt-Marie da noch ein bisschen Wasser übrig lassen. Ja, gleich zum Ende kommen, dann kann ich ihr die Bühne überlassen oder was haben wir für Punkte auf Ordnung? Ganz wie du möchtest. Also, das, was du loswerden möchtest, währt es los? Ja, nochmal zu den Längen, wirklich. Ich finde es teilweise unbarmherzig, wie sie mit dem Zuschauer umgehen, wenn sie da x-mal diese Videobotschaft, äh, von wegen, ah ja, ich hoffe mal, wir können wieder Party machen. Oh, furchtbar, furchtbar. Ich hoffe, du hast nur keine Zeit, weil du mit diesem heißen Typen unterwegs bist. Und es wird unbarmherzig jedes Mal durchgespielt, wo die Protagonistin noch zurückspult, weil die letzten zehn Sekunden interessant sind, weil sie im Hintergrund eben dieses Leuchten sieht, nein, jedes Mal, ein, wird es 40 Sekunden und was durchgezogen, eiskalt. Der Zuschauer wird hier echt gefoltert. Ja, es ist, äh, das, das und diese letzte Botschaft an, äh, an Sigur von, von, von seiner Ollen da irgendwie. Ja, ja, an Sigur Gunnarsson, aber ich weiß, wie du meinst, ja. Oh, ja. Dieses Kettchen steht kurz bevor der Tsunami sie wegfällt. Die, die habe ich auch schon wieder vergessen irgendwie, also das, das, äh, aber wirklich, diese Botschaft, der hört sich die bestimmt auch gefühlt zehnmal an und das ist wirklich so, boah, ey, du, du, du denkst, du bist in einem Roland Emmerich-Film auf Endlos-Schleife gelandet, wirklich, also, ja, Roland Emmerich war ja auch schon mal, äh, unsere Referenz. Äh, übrigens, ähm, noch ein kleiner Funfact, den ich, äh, oder generell ein Fakt, den ich berichtigen muss aus unserem Ersteindruck, äh, da hatte ich ja gesagt, dass Ridley Scott mal irgendwie seine Finger daran hatte, das ist aber tatsächlich wohl eine Ente. War nicht James Cameron derjenige? Ja, das wäre schön gewesen, dann hätten wir, äh, das bekommen. Ich glaube sogar, weil wie gesagt, wir hatten es ja in der, äh, Recap zur 1 bis 3 schon angesprochen, er wäre ja noch der Zutraulichste gewesen, weil er hat Erfahrung, er war unten bei der Team, er war unten bei der Bismarck. Ähnlich, ähnlich wie bei Frank Schätzing ist das halt eher, äh, der Wunsch der Vater des Gedankens da gewesen, weil Schätzing hat eigentlich nur formuliert, dass er gerne Ridley Scott dafür hätte, aber Ridley Scott, äh, war nie so wirklich mit dem Projekt, äh, verbandelt, hätte aber sein können. Schade, schade. Die treibende Kraft dahinter war eigentlich Dino De Laurentiis, mit dem ja Ridley Scott, äh, Hannibal, äh, gemacht hat beispielsweise und auch der Autor von Schweigen der Lämmer, Ted Talley, der sollte ursprünglich das Skript schreiben. Ja, und Juma Föhrmann hatte ja auch lange Zeit die Rechte an dem Stoff. Genau, genau, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Und, ähm, was auch jetzt, ja, obwohl, Manuel, äh, da können wir vielleicht mal zu dir mal überschwenken, äh, du warst ja auch so ein bisschen verwirrt, als es dann, äh, irgendwie hieß in unserem, äh, Ersteindruck, äh, dass da vier Staffeln geplant sind. Ja, ich meine, was heißt verwirrt? Ich hatte das nicht vorher gehört und dann, ähm, hatte ich das im Grunde bei euch im, äh, Podcast gehört. Und das war dann jetzt irgendwie aus, äh, aus dem Wikipedia-Artikel, wo, glaube ich, angeklungen war, dass eventuell, wenn das läuft oder so, kann man daraus vier Staffeln machen so, aber dass das Buch an sich, äh, glaube ich, war jetzt nie dafür ausgelegt oder die Serie war nie dafür ausgelegt, das Buch auf vier Staffeln zu strecken. Nee, nee, das hast du eigentlich schon sehr früh gemerkt, so, ab Ende von Folge 6 oder was, wo ich auch mir gedacht hab, in dem Tempo, wie ihr jetzt anzieht, kriegt ihr niemals vier Staffeln, geschweige denn jetzt noch eine zweite durch. Also, ihr drückt jetzt gar nicht nur auf die Tube, Leute. Ja. Ja, das, das ist aber so generell das Problem, dass sie sich einfach für die Einführung oder, oder, ja, den, den, das Staging eigentlich viel zu viel Zeit nehmen und nach hinten raus, ja, es erinnerte mich auch so ein bisschen, äh, weil das ja auch ein, äh, TV-Ding ursprünglich war, es erinnerte mich auch so ein bisschen an diese alte S-Verfilmung, wo irgendwie auch erst ewig die alle zusammenkommen müssen und, und ihre, äh, kleinen Kinkerlitzchen untereinander klären müssen und, und dann, äh, kommt dieses Finale, für das sie aber nicht wirklich eine Zeit haben und auch kein Geld mehr und es wird dann einfach so runtergespult. Und so ähnlich fühlt sich das ja auch an. Also jetzt wirklich bei dem, bei dem alten, äh, 1990er-TV-Film, nicht bei dem Remake, äh, wohlgemerkt von S, ne? Ja, ja, schon klar. Ich mein, dass es eine deutsche TV-Produktion ist, äh, merkt man dann ja an allen Ecken und Enden. Ja, leider. Leider. Ich hatte echt Hoffnung gehabt, weil, ja, guckt euch die letzten deutschen Netflix-Produktionen an, die waren ja nicht verkehrt und auch Fernsehproduktionen fürs, äh, fürs TV wie jetzt Babylon Berlin, gut, das war auch ein Streaming-Dienst, aber egal, aber auch das Boot, das ist ja alles nicht verkehrt gewesen. Also hätte man eigentlich mit einer, ja, schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein da drangehen können, sind sie mit Sicherheit auch, aber, ähm, es ist so heruntergedampft, dass man einen großartig spannenden, vielleicht etwas langgezogenen Sci-Fi-Thriller auf ein seichtes Sonntagabend-Programm-Unterhaltung runtergeschraubt hat. Es ist ... Ja. Ei, ei, ei. Das, 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 das klingt bei dir fast schon wie ein Fazit, Torben. So ein bisschen ist es das auch. Ja. Ich wollte noch zwei, drei Sätze übers Ende verlieren, aber ... Ja, mach ruhig, mach ruhig. Wir, wir können hier frei raus, also es ist ein reiner Spoiler-Gast hier. Ja, ich find's eher schon ein bisschen beeindruckend, mit was für nem ... Also, sorry, aber diese, diese ... Oh, Dom, da hab ich jetzt Bock, deine Meinung zu hören. Was hältst du denn von dieser schönen kleinen Kaffeemaschinen-Leicht-Flirty-Szene von Klaas-Häufer-Umlauf und unserer Heldin? Die hab ich mir als Grünsch markiert. Sagen wir mal so, ich hab, ich hab mir vorgestellt, wie es wohl als, äh, Bravo-Foto-Love-Story aussehen würde. Das war so mein, mein Gedanke dabei. Äh, ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, und, und, und ich hab mir, genau, ich hab mir eine Szene, äh, eine Kerkass-Szene in Game of Thrones, äh, mit Rosa, äh, Rosabelle Laurenti Sellers, äh, die ja auch aus Game of Thrones ist, äh, viele dürften wissen, was ich meine, wenn ich jetzt sage, Kerkass-Szene. Die schönste der, der drei Sandschlangen. Genau, und mit Klaas-Häufer-Umlauf Stadtbronn, hab ich mir das vorgestellt. Ach so, lieber Gott. Ich weiß auch nicht, ich, 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 mein, mein krankes Hirn war halt am Arbeiten, äh, damit ich irgendwas zu tun habe, außer Mario Kart Spiel. ZDF dieses Potenzial verschenkt hat. Das muss ganz schleppert gewesen sein, Mann. Ja, aber das hier war bestimmt sein Durchbruch, äh, aber, ey, ich, 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 ich muss ja sagen, also, zum Ende hin bekam er ja zumindest irgendwie mal mehr als zwei Dialogzeilen, aber er hat mich dann zum Schluss, ich, 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 irgendwie, Klaas-Häufer-Umlauf ist so, ist so das, was so John Hurt bei Alien war irgendwie, oder? So, 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 so ein, so ein bisschen eigentlich. Findest du? Also, so ein, so ein Bauernopfer, was auch nicht viel, viel zu melden hat. Naja, John Hurt hat ja noch einen Sinn gehabt in dem, dass er die, dass die Bestie halt aufs Schiff gelangt ist, ähm, woran dann die Handlung sehr viel Fahrt aufnimmt und, äh. Also, ja, aber das hier, äh, ganz ehrlich, er wird dann in dieses, er lebt noch buchstäblich nach dem Gegenangriff der Irre auf diesem Schiff und wird dann in dieses U-Boot reingelassen, äh, unsere Heldin steigt mit dem Gegenmittel rein und beginnt dann so aus dem Nix zu sagen, ja, die Irre werden mir schon nix tun und mein Buddy hier hinten dran, mit dem du vor einer Stunde noch geflirtet hast, der ist eh tot, dem ist nicht mehr zu helfen, also du verurteilst ihm elend zu ersaufen, wenn er mal wieder, also mit dem bisschen Leben, was er noch hat. Und vertraust einfach mal so aus dem Nichts dieser, dieser Intelligenz, also, die eigentlich keinen Grund hat, mit Frieden zu kommen, also sie hat die dickeren Karten in der Hand und im Buch ist es auch ein wahnsinnig brüchiger Frieden, wo es jederzeit eigentlich wieder losgehen könnte und wo eigentlich ziemlich klar ist, die Menschheit hat in diesem Kampf nichts zu melden. Es wird keinen Krieg geben zwischen Ameise und Stiefel und wir sind die fucking Ameise. Ja, richtig. Ja, es ist, ach, keine Ahnung, also da, da hatte ich auch wieder diesen Gedanken an S, da, äh, ist halt auch in dem, also in dem 90er-TV-Film, da haben sie halt kein Geld mehr und da kommt dann dieses, dieses, äh, Spinnenvieh auf sie zu, jetzt Spoiler zu S, aber, äh, Gott, wer hat das nicht gesehen? Ähm, und, äh, ja, dann, dann verkloppen sie es einfach und innerhalb von fünf Minuten ist die Handlung durch und, und abspannen. Und hier wirkte das auch so, das kam so aus dem Nichts. Ich dachte mir so, ja, komm, ey, ihr habt jetzt keinen Bock mehr oder kein Geld oder beides, also. Und dann, und dann, äh, teasert ihr aber noch eine zweite Staffel an. Äh, da muss man eh nochmal gesondert drüber reden, glaub ich. Ja, vielleicht kommt da das zweite Forscherteam vor, was dann so ein bisschen mit Science argumentiert, statt dann nur, ähm, runterzugehen und sich die Sache mal anzugucken. Es ist wirklich noch wesentlich spektakulärer. Im Buch wird das Schiff unter anderem nochmal von Walen angegriffen. Jemand wird sogar von einem Orkka gefressen nochmal. Es ist schon eine ganze Spur härter als das, was wir hier gesehen haben. Vor allem das Schiff ist ja schon ganz anders. Hier ist ja so ein Forschungsschiff und, äh, im Buch sind ja so Navy, äh, Kriegsschiffen, ja, oder minder. Ich glaub sogar ein Flugzeugträger oder so. Ja, ich glaub, es heißt sogar ganz anders, ne? Independence oder sowas hatte ich da nochmal drüber geschaut, aber das könnte auch sein, weil die, die nehmen sogar ein Schiff, was schon, was schon, die Irren nehmen sogar ein Schiff, was schon am Boden liegt und benutzen die Torpedos von dem Ding, das ist ganz krank. Ach, man hätte viel draus machen können. Aber zum Glück konnten wir sie ja mit dem Babygeschrei ein bisschen besänftigen. Ja, das zieht immer an. War das im Buch? Äh, ich mein so ähnlich, oder? Nee, die machen das mit Mathe quasi, lassen die so ein Mathe lösen. Und das hab ich halt auch nicht verstanden, weil Mathe ist ja so die universelle Sprache an sich. Was willst du denn? Irren mit so einem Babygeschrei anfangen. Ja, das hat auch keinen Sinn ergeben. Gar nix. Also mit Mathe ist ja noch nachvollziehbar, da ist man sich ja einig, dass wenn wir mit einer fremden Intelligenz kommunizieren, dann wahrscheinlich eher mit der Sprache der Mathematik, weil es die mit am logischsten nachvollziehbarer ist auf vielerlei Ebenen. Und das wird ja komplett ausgespart. Ich hab das auch nicht verstanden. Warum sollte die Irren das in die Antwort einbauen? Also warum sollte die das tun? Äh, also ist ja kein Dialog dann. Also wenn man irgendwas geschrien wird, schreie ich doch nicht einfach das zurück. Ja, es ging ja darum, was sie damit machen. Und dass das dann als Antwort verstanden wird, das war auch so ein bisschen... Ein richtiger Dialog mit der Irr fand ja in dem Sinne gar nicht statt. Das Ganze war auch so ein bisschen Arrival auf Wish bestellt irgendwie, ne? Ja, gibt's. Ja, Amy Adams, wenn man sie einmal gebraucht hätte, ne? Und dann haben wir nur Leonie Benesch, ja. Ähm, ja, äh, Torben, äh, hast du noch was? Das Gröbste hätte ich abgehandelt. Ich hatte ja schon ein bisschen was runtergedampft auch von den mehreren Seiten der Sachen, die ich jetzt eigentlich erzählen wollte noch. Aber damit übergebe ich auch gerne an Britt-Marie. Ja. Und sie kann dann auch nochmal ein bisschen tiefer aufs Hörspiel eingehen. Also sie fühle sich frei, hier gleich das Ruder zu übernehmen. Du kannst natürlich gerne noch, äh, kleine Überleitungen oder kleine Cross-Promo machen. Äh, du bist ja im selben Podcast, also noch in einem anderen Podcast-Projekt mit Britt-Marie. Genau, wir sind noch im, die wenigsten werden es kennen, im kleinen Nerd-Bedarf-Podcast, unter anderem von Sam und Patrick geleitet und reden da über verschiedene Nerd-Themen, rund über Marvel, DC oder auch Freigestelltes. Nachher nehmen wir noch sogar eine Folge über die Jinjuito-Folge auf Netflix auf und auch über verschiedene Horror- und Gruselthemen haben wir uns da schon um einige Sachen beömmelt. Also hört da mal rein beim Podcast Nerd-Bedarf und damit übergebe ich an meine geschätzte Kollegin Britt-Marie. Ja, schöne Überleitung. Dann vielen herzlichen Dank, Torben. Danke für die Wiederaufnahme und jederzeit wieder. Alles klar. Gut, dann übergeben wir an die Kollegin Britt-Marie, die jetzt schon seit einer halben Stunde draußen vor der Tür steht. Und mit den Hufen scharrt. Immer wieder rein Ladies first. Dann Scharrel, ich höre im Stummen zu. Viel Spaß euch, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ja, herzlich willkommen nochmal an dich. Ja, danke. Ihr habt die Latte immer höher gelegt. Die sagt bestimmt noch was dazu über das Hörspiel. Die sagt bestimmt auch noch was über das Ende. Erstmal nochmal schnell gegoogelt. Ja, ja, genau. Moment, worüber reden wir heute? Brit-Marie, du bist ja zumindest was der Schwarm angeht jetzt hier noch ein bisschen, ja, ein weißes Blatt für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Magst du mal kurz so abreißen, wie das mit dir ist und der Schwarm? Ich hab das Buch gelesen, ich hab das Hörspiel gehört, ich hab die Serie gesehen. Ich hab das Hörspiel nochmal gehört, als ich gesehen hab, dass die Serie kommt, das Buch nochmal lesen. Dafür hatte ich einfach die Stabina nicht, aber hören, das ging. Und ja, und das ist mein aktueller Stand. Kurze Zwischenfrage, wie lang ist denn das Hörspiel? Oh, ach, einige Stunden. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich tatsächlich jetzt ergoogeln. Ich liefere das gleich nach. Vier, sechs, so um den Dreh rum. Zwölf Stunden. 723 Minuten, laut Wikipedia. Na, siehste, total unterschätzt gerade. Aber ja, ich hör die halt oft nebenbei, wenn ich irgendwas anderes mache, keine Ahnung, bügeln, kochen, waschen, saugen oder eben mal beschlafen. Beziehungsweise zum Einschlafen ist es auch perfekt geeignet, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Nein, das Hörspiel ist schon, finde ich persönlich, besser als die Serie. Ja, hm, die Serie. Schwierig, schwierig. Ich kann mich bei den meisten Dingen, die ihr gesagt habt, muss ich mich tatsächlich anschließen. Ich sehe es nicht ganz so harsch. Also ihr seid ja dann immer auch so gnadenlos. Ich denke dann immer so, ja Gott, also ein bisschen mehr Nachdruck haben sie halt auf die Beziehungen gelegt und auf die Liebe. Ach Gott, ist doch nicht so schlimm. Aber da von Pilchern zu sprechen, finde ich ja ehrlich gesagt schon fast unverschätzt von Schätzing. Also das hat er noch nie in ordentlichen Rosamunde-Pilcher-Filmen gesehen. Ich sag's dir. Und das ist also schon ein bisschen übertrieben gewesen. Ich fand sowieso vieles von dem, was er gesagt hat, worauf sich dann auch viele gestürzt haben. Und ich hab das Gefühl gehabt, dann auch nur diese leeren Phrasen nachgedreht haben, ohne irgendwie Hand und Fuß. Wow, ich hab eine Verbündete gefunden. Das fand ich alles sehr, sehr harsch, tatsächlich. Was hast du gesagt? Ich hab eine Verbündete gefunden. Ja, wolle ich gerade sagen. Das Problem ist, ich würde ja gerne aus vollem Herzen sagen, und es stimmt überhaupt, die Serie war gut, aber das kann ich leider auch nicht sagen. Denn die Serie war halt leider nicht, also sie war halt, um es böse zu sagen, sie war Mittelmaß. Ich fand sie jetzt nicht grausam schlecht. Ich fand sie auch nicht grausam gut. Ich fand tatsächlich das letzte Drittel, wo es dann wirklich darum ging, mit den Öhe Kontakt aufzunehmen und das Ganze so ein bisschen pseudowissenschaftlich wurde, das fand ich tatsächlich noch am spannendsten von allen. Und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von dem Casting. Die Figuren waren alle irgendwie, natürlich anders, als ich sie mir vorgestellt habe, aber viele fand ich auch viel zu jung gecastet und viel zu, also irgendwie, ja, viel zu jung vor allen Dingen. Also da hatte ich einiges an Problemen und die Serie ist massiv besser geworden, wenn man sie im Originalton geguckt hat. Ja, das hatte Manuel ja auch schon angemerkt. Ja. Vor allem, Manuel, wir hatten ja, glaube ich, auch letztens auf dem Discord-Server geschrieben, also hattest du ja auch schon so anklingen lassen, dass so, dass das Presseecho im Blätterwald ja auch zu harsch war. Ja, da ist mir persönlich ja auch aufgefallen, ich weiß ja noch, ich glaube, an dem Abend hatten wir da noch aufgenommen oder, nee, genau am Tag darauf, als das Embargo gefallen war, kam ja dann diese Kritik, die ja von heiße.de kam und die immer groß hochgehalten wird von wegen einer millionenschwere Enttäuschung. Und wenn man sich dann aber die einigen Artikel ansieht, äh, ist da eigentlich nur 90 Prozent Fakten-Drescherei und vielleicht 10 Prozent Meinung. Ja. Und die wird gar nicht mal so toll untermauert und, äh, ja, es gibt natürlich einige andere Verrisse, ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich, also, wirklich richtig positive Kritiken muss man mit der Lupe suchen. Äh, ich kann für meinen Teil sagen, ich klang jetzt hier vielleicht auch bisher negativer, als ich es eigentlich meinte. Ich meine, bei mir ist es eher so, es ist nicht so, dass ich die Serie jetzt irgendwie grottenschlecht finde und auch nicht mega gut, also da, da kann ich mich, äh, 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 euch beiden auf jeden Fall einrein, also Britt, Marie und Manuel. Aber was bei mir eigentlich noch viel schlimmer ist, oder das, das ist schlimmer als, äh, äh, jetzt ein totaler Verriss oder, oder eine Lobeshymne, es ist mir ehrlich gesagt irgendwie alles ziemlich egal. Ja, genau, so würde ich es auch ausdrücken. Das, ja, das ist eigentlich schlimmer als gut oder schlecht, weil sie wirkt, also, es kommen ja überhaupt keine Emotionen hoch. Gar nicht. Sie ist halt einfach, ja, gut, ja, ist ja egal. Es ist so. Hätte ich sie geguckt, egal, hab ich sie nicht, also, hätte ich sie nicht geguckt, hätte ich auch nichts verpasst. Und da hat sie natürlich auch, also, was das angeht, denke ich, eine Chance vertan, ne, weil, also, was mir zum Beispiel ganz gefehlt hat, oder was jetzt ganz, aber stark gefehlt hat, war einfach, dass so eine, die Bedrohung gar nicht stark genug, äh, rausgekommen ist, was ja auch schon am Anfang angesprochen wurde. Und da hätte man natürlich, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, dass die Serie einfach schlecht so modernisiert wurde. Und gerade in Zeiten von, äh, Klimawandel und so weiter, ähm, hätte man das als Bedrohung einfach, glaube ich, deutlich stärker nochmal, äh, rausstellen können. Ich finde nicht, dass man jetzt auf einmal anfangen muss und sämtliche Bewegungen, die wir mittlerweile haben oder was auch immer in der Serie jetzt irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es einfach dann, ja, wie er sagt, vielleicht so ein bisschen egal ist und das so halt mal ganz gut gucken kann, ähm, macht sich jetzt auch keiner da hinterher Gedanken drüber, glaube ich. Ja, aber so dieser zeitgeistige Aspekt, das hatten wir, ich glaube, David, das hatten wir auch in unserem Ersteindruck gesagt, dass sie, dass sie es nicht geschafft haben, das so wirklich jetzt einfach, äh, ja, an, an die heutigen Gegebenheiten anzupassen. Äh, klar, da muss jetzt nicht irgendwie von Fridays for Future oder Letzte Generation die Rede sein, aber gerade dann in dieser Konferenz da, wo sie da saßen. Ja, auch nur an einem kleinen Konferenztisch dann irgendwie. Ja. Ich dachte, hä? Bist du, dachte ich mir, die haben nicht viel Zeit und sind viel beschäftigt. Äh, da reicht dann nur so der Konferenzraum neben dem Flos. Welches Zimmer ist gerade frei? 3B könnt ihr haben. Es sind aber nur 12 Stunden drin. Ja, dann stell mal vier raus. So viel brauchen wir gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, da war das halt auch so, 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 ja, okay, ja, ja, gut, das, ja, ja, das, ach, ach, das kann mit diesem Klimawandel zusammenhängen, von dem hin und wieder mal die Rede ist so ein bisschen so, ne, also, das, das, das passte einfach nicht. Das, das, die, die, die hätten das einfach viel mehr, äh, äh, wirklich an den, in den, in den Zeitgeist implementieren müssen. Und ich sag's ganz ehrlich, das beschränkt sich in der Serie, das hatten wir auch schon im, im ersten Cast gesagt, es beschränkt sich in weiten Teilen darauf, dass sie jetzt vielleicht gewisse Sachen digital jetzt verwenden, äh, also halt Videocalls machen. Ja, und dass man halt mehr Diversität in der Wissenschaft hat. Das sind eigentlich so die eigentlichen einzigen Sachen, äh, die, die anders sind, aber man merkt, dass die Geschichte drumherum oder die Welt, in der das spielt, dass das eigentlich eine ist von vor 20 Jahren und nicht die von heute. Weil halt auch soziale Netzwerke zum Beispiel keine Rolle spielen. Äh, wie, wie hast du das denn so empfunden, Britt-Marie? Ja, ich hab das ähnlich empfunden. Ich finde nämlich auch, das ist genau das, finde ich, was man dieser Serie vorwerfen kann. Neben all dem, ja, es ist vielleicht ein bisschen platt und ja, es ist vielleicht zu rührselig oder zu romantisch und es ist sich nicht richtig auf die Leute konzentriert worden oder zu viel oder was auch immer. Aber was man halt echt als massive Chance verpasst hat, ist genau, äh, genau diese Problematik von wegen Umwelt, Umweltbewegung, ähm, und diese ganze Geschichte, die ja brandaktuell ist, gerade heutzutage auch, ähm, und Klimawandel und Klimaretten und Erdretten und whatever. Gerade all diese Geschichten, die hätte man da so schön reinpacken können und die hätte man so schön problematisieren können, ohne mit dem moralischen Zeigefinger die ganze Zeit daneben zu stehen. Und das, finde ich, das ist echt, ähm, eine verpasste Chance. Definitiv. Ich meine, das Buch ist ja 20 Jahre alt und, äh, ja, die Thematik ist heute aktueller denn je. Das muss man leider sagen. Also, es ist eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt gewesen, jetzt irgendwo dieses Buch zu verfilmen. Und hätte man es wirklich halt mit, mit, mit Sorgfalt und wirklich auch Verständnis, äh, für, für das, was sich einfach entwickelt hat innerhalb von zwei Jahrzehnten, hätte, hätte man das einfach mehr berücksichtigt, äh, dann hätte daraus was werden können, ne? Ja, ich frage mich halt natürlich auch, wenn ich das jetzt gerade auch mit der Vorlage vergleiche. Die Vorlage muss man auf jeden Fall kürzen, das ist gar keine Frage. Ja. Bei so einem riesen Umfang ist das klar. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Geschichten von einzelnen Charakteren oder auch Paaren, die erzählt werden, die sehr spannend sind in sich, wo es einem ein bisschen wehtut, wenn man sagt, man verliert diese Storys. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass, ähm, hier sich eben nicht entschieden werden konnte. Auf der einen Seite wollten sie, glaube ich, so viel wie möglich von diesen Charakterstorys mit reinbringen, was dazu führt, dass man bis zu, ich weiß nicht, Folge 6 oder so, tausend verschiedene Charaktere hat und am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, wer wohin gehört, geschweige denn, wer wie hieß und wer mit wem zusammen war. Ja. Also da braucht man echt, da braucht man so eine, muss man sich so ein Mindmap irgendwie aufmalen, damit man die noch irgendwie zuordnen kann und, und dann, dann lässt man das völlig links liegen und geht zum zweiten Teil über, der dann eben um die Kontaktaufnahme mit den Irren und diesen ganzen Kram geht und auch der ist aber nicht richtig ausgearbeitet. Also ich habe so das Gefühl gehabt, die konnten sich nicht richtig entscheiden, was sie machen. Also entweder kürzt man komplett, ganz rigoros runter und sagt, wir konzentrieren uns vielleicht auf vier, sechs, maximal acht Leute, das ist acht schon viel zu viel eigentlich, sagen wir mal auf vier Leute und die konsequent durch die Bank weg als roter Faden in der Serie versuchen die Kontaktaufnahme mit der Irren, also finden raus, wer das ist, dass es die gibt, dann kommen die Kontakte etc. etc. und dann kommt die Lösung. Oder aber wir sagen, wir machen das ein bisschen mehr wie in der Vorlage und konzentrieren uns auf die einzelnen Storys, aber dann hätte man das komplett anders stricken müssen. Dann hätte man vielleicht sich überlegen müssen, macht man vielleicht eine Folge pro Paar oder pro Charakter oder legt man es auf doppelt so viele Folgen aus? Weil wenn man sagt, man möchte sich konzentrieren auf all diese Pärchen und Charaktere, die es in dem Buch gab, da reichen acht Folgen nicht aus für. Nee. Da hätte man mindestens verdoppeln müssen oder man hätte sich irgendwas anderes überlegen müssen, aber dieses, so wie es jetzt gelaufen ist, das funktioniert halt einfach nicht. Und dadurch ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, sie haben das, was du gerade meinst, haben sie zum Schluss halt, also da merkt man schon, dass sie sich jetzt irgendwie auf einen gewissen Figurenkreis konzentrieren, aber dadurch wirken halt die anderen, also ich meine, die waren halt schon vorher profillos, aber teilweise bist du wirklich am überlegen, ob die überhaupt noch dabei sind auf dem Schiff. Und eigentlich ist das so, die große, ja, Reunion passt jetzt nicht, aber das ist halt auch wieder ein bisschen wie bei Es, ne? Aber da haben die halt alle irgendwie ihre Aufgabe und ihr Stück vom Kuchen beizuleisten und hier, ja, weiß ich nicht, da sind halt manche, die stehen halt im Bild und sind halt da. Ja, also das ist auch, David, du meintest das ja schon in unserer ersten Besprechung, dass hier dieser Charakter, diese Charlie, Charlie irgendwas, weiß ich gar nicht mehr. Wagner. Charlie Wagner, genau. Ich hätte beinahe Charlie Hübner gesagt, keine Ahnung. Es ist spät. ZDF. Die ist ja, glaube ich, schon irgendwie zusammengesetzt aus mehreren Figuren aus dem Buch, meintest du, ne? Ja, ich glaube, sie nimmt halt auch so ein bisschen diesen Part dieses anderen Ureinwohners ein, der ja so stark beschnitten worden ist. Aber an sich ist sie ja ein ganz neuer Charakter. Ja. Eigentlich der Hauptcharakter, so fast. Eigentlich der Hauptcharakter, genau. Und ich fand das auch so, ich, eigentlich am Ende, wo man ja sieht, wer so alles auf dem Schiff landet, auf die hätte man sich konzentrieren sollen. Man hätte durchaus die Partner und sowas, die dann ja alle im Laufe der Zeit verstorben sind, ja auch reinpacken können. Aber wirklich, damit hat sie ja schon gekrankt von Anfang an, dass man die so zerschnippelt hat, diese Serie, Folge für Folge. Ja. Man hätte wirklich jede Folge einfach einen vorstellen sollen in seiner Umgebung, was er herausfindet. Ein, zwei Katastrophen in seinem Umfeld, nächste Folge, nächste Katastrophe in einem anderen Umfeld. Er findet was heraus und dann alle Fäden zusammenlaufen lassen. Aber so war das wirklich so ein Kuttelmuttel, was auch wirklich genervt hat. Aber alle Leute, die dann später verstorben sind durch irgendeine Katastrophe, haben und man wusste sofort, okay, der stirbt gleich, weil sie immer noch schon eine schöne Abschiedsrede gekriegt haben. Da dachte ich mir, oh Gott, muss das sein? Ja, das ist, ist euch das auch aufgefallen? Ja, da, da, ich, ähm, das, das ist doch, glaube ich, so, ähm, kurz bevor sie auf das Schiff steigen, ist doch dann irgendwie, ja, falls jemand nochmal nach Hause fahren und sich verabschieden will. Da, da merkst du halt, sie, sie haben wirklich, also das hat keinen Rhythmus. Das hat keinen Rhythmus, das sind einfach nur aneinandergereihte Szenen, einfach nur hintereinander abgearbeitet. Daran merkt man halt wieder das ganz wirklich elementare Problem der ganzen Serie, nämlich einfach das, das Pacing. Oder die, die Gewichtung der, der verschiedenen Handlungsstränge, die man, die man überhaupt nicht irgendwie, äh, auf einer Hand jonglieren kann. Und auf der anderen sind dann auch welche, die es im Buch ja gar nicht gibt, ne, bis zum Beispiel diese Japan-Handlung, die, äh, man eigentlich komplett hätte cutten können. Ja. Ich, also, bis kurz vor Schluss hab ich nicht verstanden, wofür gibt's die eigentlich? Ja gut, wir nehmen Investor, aber oh, ja, schön. Wir hatten ja auch bei der Eingangsversprechung gesagt, wir fanden das an sich, so, von der Diversität her, äh, natürlich gemacht. Mhm. Und, äh, ähm, weiß, es gibt ja immer dieses Wort, äh, Wokeness, dass man dem das jetzt nicht vorwerfen kann. Nee. Aber gegen Ende fand ich das schon so ein bisschen Japan-Washing, ne, äh, einer, jetzt nicht mehr, aber einer der größten Wahlfänger, das sich dann auf einmal als der Retter der Welt, äh, darstellen. Das fand ich schon, das hatte schon so ein bisschen kleines Geschmäckle. Mhm. Und an sich auch, wenn wir davon sprechen, die Gefahr für die Welt, die von der Ehre ausgehen, in der Serie selber, oder ist mir vielleicht auch schon wieder entfallen, eine richtig größere Stadt, außer Venedig, hat sich ja gar nicht getroffen. Insofern war das auch immer allen egal, also so ein richtiger Ausmaß auf die Welt wurde gar nicht gezeigt. Irgendwo auf dem Meer haben ein paar Wale irgendein kleines Schiff angegriffen. Gut, Venedig, das wissen wir eh alle, ist im Untergang geweiht, ob mit Quallen oder ohne, das wird irgendwann mal einfach überflutet. Das heißt, das haben wir eh schon so abgehakt, ja, ob das jetzt ein bisschen früher passiert, ist uns dann auch egal. Im Buch ist ja noch New York befallen, äh, durch diese Krabbeninvasion, diese mutierten Krabben und ganz viele Leute sterben. Das hat eine ganz andere Dimension. Und hier, ja, dann setzen sie halt drei Leute von irgendeinem UN unter Beirat, 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 Beirat dahin, der sich damit beschäftigen kann, um das mit denen auszutüfteln. Damit aber dann der japanische Retter kommt und sagt, ach komm, ihr habt so viel Öl da rausgezogen, ich stelle euch ein Schiff zur Verfügung. Die globalen Ausmaße, dass das einfach nicht fruchtet, das kam halt vor allem durch mit diesem so in letzter Minute reingeschobenen Tsunami, der mal irgendwie halb Nigeria abgeräumt hat. Und dann steht da so Oliver Masucci, mein Gott, das Ding hat gerade halb Westafrika irgendwie. Und man zeigt aber nichts. Ja, man zeigt es irgendwie anhand von, weiß ich nicht, Stock-Footage, was sie irgendwie eingekauft haben. Und dann sitzt Oliver Masucci da mit so einem halben Heugesicht und dann dieser Appell von ihm, wirklich, da kommt nichts. Und ich, also auch selbst die Figur nimmt ihn ja rum, er, er, äh, keift sich da irgendwie ein zusammen. Und alle stehen da so, hm, ja, ja, ist, ist, ist halt so, shit happens, ne. Also, boah, das war wirklich so, ah, und ich meine, manche Sachen zeigen sie ja zumindest so im Anschnitt. Und das war ja auch, das war zumindest ganz okay, auch wenn es halt wieder so, so an Roland Emmerich Filme gemahnte, ne. Ähm, aber vor allem dieser Tsunami, den wir halt gesehen haben, ich bin ganz ehrlich, der ist bei mir total, der ist bei mir verpufft, wirklich. Die haben den ja auch so gehypt, ich meine, seit dem ersten Trailer sehen wir diesen Tsunami und dann kommt der erst, weiß ich nicht, in Folge 5 oder so. Und da denkst du, also allein schon dieser, dieser Trailer und dann immer dieses, wie sie es proklamiert haben, das hatte eigentlich auf so eine Action-Serie so ein bisschen hingewiesen. Und deswegen war die Fallhöhe, glaube ich, einfach auch recht hoch. Also, es wurde dann halt keine Action-Serie und kein Katastrophen-Serie, sondern es wurde eine, ja, Menschen starren auf Bildschirme, machen Homeoffice und verabschieden sich von ihren Liebsten und sterben dann. Und dann lachen sie aber einmal in der ganzen Serie, wenn sie mit Klaasäufer umlaufen, Kaffee trinken. Oder sie sterben halt nicht, was ja jetzt nämlich uns zum Ende führt, um mal kurz in den Sprung zu machen, denn dieses Ende, also zuerst einmal habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, warum die Lösung ist, die Leiche voll zu spritzen mit, also mit Ühe quasi, oder, nee, also die haben ja mit Ühe vollgespritzt, oder? Ja, ja, genau, glaube ich auch. Und den dann da ins Wasser rauszulassen, so nach dem Motto, wir zeigen damit, dass wir eins sind. Das haben sie ja im Buch aber auch versucht oder so gemacht, so ähnlich, aber da haben sie abgewandelt. Richtig, im Buch war es aber, finde ich, besser erklärt und da ging es auch um sexuelle Hormonstoffe und so ein Kram, also da spielte noch ein bisschen was anderes eine Rolle. Aber grundsätzlich fand ich das, also irgendwie war mir das alles so ein bisschen, das hinkte alles ein bisschen und ich fand aber zumindest, haben sie die richtige Figur gewählt, die sich dann geopfert hat, weil man hatte ja noch diese schöne Rede gegeben, ihr habt es ja gesagt, mit den Reden, wo sie halt erzählt hat, dass sie sich ja ihren Eltern immer so verbunden fühlt, weil die ja im Wasser ertrunken sind und sie dann das Gefühl hat, sie geht quasi zu ihren Eltern zurück und vereinigt sich wieder mit ihrer Familie. Das ist dann schon ein bisschen kitschig, das gebe ich ja zu. Und ja, aber dann die Tatsache eben, also erst mal, dass man dann dieses Bild gesehen hat, wo sie da wie so in der Wiege von diesen Sternendingern im Wasser eben war. Oh mein Gott, ja. Und dann, also dieses Bild dachte ich so, was ist das denn? Das wirkte wie so Darren Aronofsky auf Wish, muss ich leider sagen, also das war echt so. Also das hätte man sich ja recht sparen können. Und dann am Ende halt, als sie dann da angeschwemmt wird und die Augen öffnet, ich meine, das war schon eine nette Szene, es war zumindest ein guter Cliffhanger, aber es war auch ein totales, warum? Total unbefriedigend. Ich kann dir sagen, warum? Weil Staffel 2. Also ich meine, das öffnet ja jetzt eben die Tür zu Staffel 2. Ja, ja. Sonst gäbe es ja keinen Grund. Ja. Ach, ich weiß auch. Ja, aber man braucht sie nicht für, also man hätte das nicht gebraucht für eine zweite Staffel, wenn man sie wirklich durchziehen will. Vor allen Dingen die Frage ist, die anderen haben ja alle überlebt. Woraus würde denn jetzt theoretisch, also ich glaube nicht, dass die bei den Einschaltkunden eine zweite Staffel machen, aber woraus hätte denn eine zweite Staffel dann bestehen können? Also aus der Kommunikation mit den Irren oder was? Also ich weiß es nicht. Ja. Ja, es gibt ja einiges im Buch, was ihr weggelassen habt. Ja. Ich meine, im Buch manifestiert sich dieses Irre ja auch zu einer Art Muskelmasse und kann sich ja ähnlich wie bei The Abyss, das das Wasser bewegt, quasi so als Muskel rumlaufen und Leute angreifen. Und Dinge tatsächlich anfassen und bewegen, das ist ja in der Serie auch mehr oder minder ausgespart, außer es ist im Körper einer Qualle oder eines Krebses oder was auch immer. Das haben sie ja hier nicht gemacht, dass das Irre tatsächlich dann so eine Art seine Einzellen da verbindet und dann eine eigene Masse wird, ein neues Lebewesen. Wobei ich zugeben muss, das sah zumindest noch ganz, da dachte ich mir auch so, hat Cameron vielleicht das Buch gelesen und danach The Abyss gemacht? Ja, Biss war früher. Aber ich wollte gerade sagen, ihr zitiert halt auch alle, Dinge, die sind schon 20, 30 Jahre alt. Also das darf man halt an. Ja, ja, sicher. Ja. Das sagt auch viel. An was mich das ja stark erinnert hat, es gibt ein Buch von Michael Crichton, Die Gedanken des Bösen und der wurde auch mal verfilmt mit Fear, mit Dustin Hoffman und Sharon Stone und Samuel L. Jackson. Den habe ich mir extra danach, nach der Serie nochmal angeschaut. Und die Verfilmung war jetzt auch nicht so dolle, da ist das Buch auch deutlich besser. Aber auch in diesem Film sind die unter Wasser und werden dann von Quallen angegriffen und der Film ist von 1990 irgendwas, 97 oder sowas. Und die Quallen schauen da halt einfach, da sind auch tausende von Quallen, zumindest laut Bild. Und die sind halt praktisch gemacht und das schaut also viel, viel besser aus als in dieser Serie. Wo ich mir auch gedacht habe, wieso habt ihr euch das denn nicht mal angeguckt? Aber viel teurer wird das da auch nicht gewesen sein. Ja, sehr schade. Also ich fand im Vergleich zu allem anderen, was man in den Serien, in den Episoden vorher gesehen hat, ging das sogar noch halbwegs klar am Ende. Also ich fand sämtliche Szenen wie, wo man den übertriebenen Bluescreen mega raus sieht oder wo der Wal da auf das Boot springt oder so einfach absolut grausam. Da fand ich das jetzt am Ende eigentlich noch ganz ansehnlich, muss ich sagen. Da hatte ich jetzt eigentlich gar keine Probleme mit. Das hatte sowas, ich hatte ja schon gesagt, Daryl Aronofsky. Ah, ich, ich, mir war es einfach von der Inszenierung her einfach auch echt so pathetisch. Und weiß nicht, dass dann ausgerechnet Leonie Bennisch da rausgegriffen wird. Aber das hat ja Sinn gemacht, fand ich. Also sie hatte ja auch jetzt während der letzten Episoden jetzt schon irgendwie so ein, weiß nicht, ob jetzt Verbindung, aber so ein bisschen die Ühe beobachtet dann in dem Boot und hinter dem Glas natürlich raus. Und da war ja schon irgendwie so ein bisschen Connection da. Das haben sie ja schon so aufgebaut, dass sie am Ende da jetzt irgendwie eine Hauptrolle noch einnimmt. Das stimmt, ja. Also das war schon okay. Ich kann ja, um auch mal was Positives über den Cast zu sagen, es gab ja ein paar, die sind zumindest, also auch wenn deren Figuren halt vom Reißbrett sind, hatte ich ja schon gesagt, da merkst du, dass das Leute sind, die eigentlich ihr Handwerk verstehen. Also weiß ich nicht, hier Barbara Sukhova zum Beispiel. Da fand ich sogar schade, dass sie dann immerhin weg war, hier diese Doktor. Boah, die fand ich ja schrecklich. Ja gut, ihre Rolle war schrecklich, aber die hat die zumindest gut gespielt. Dann hier Cécile de France, fand ich auch ganz okay. Ich fand halt diese ganze Familienkiste, fand ich halt total langweilig bei ihr. Und hier, wie hieß die nochmal jetzt hier, die auch in Sharon Duncan Brewster, glaube ich, die auch in Dune eine Nebenrolle hatte, die diese Astrophysikerin gespielt hatte, die dann plötzlich so, ja, Amy Adams hatte gerade keine Zeit, dann irgendwie so eine auf Arrival gemacht hat ein bisschen. Die hatte zumindest ein bisschen irgendwie Profil, fand ich, oder zumindest auch mal, die hat zumindest sogar so den Ansatz oder die Ahnung von sowas wie Humor oder Ironie mal eingebracht. Also, das fehlt halt auch komplett und deshalb wirken diese Figuren einfach so leblos. Das ist wirklich ganz furchtbar. Also, da weiß ich auch einfach nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber wenn man sich dann auch mal anguckt, ich weiß nicht, ist es euch beim Vorspann aufgefallen, dass bis, glaube ich, auf Folge 5 alle anderen Episoden immer vier Drehbuch-Credits hatten. Nee, hab ich nicht gesehen. Nee, hab ich auch nicht. Also, hab ich nicht drauf geachtet. Also, was meinst du, meinst du dann, zu viele Köche, die haben den Prei oder was? Möglicherweise, ja. Oder, weiß ich nicht, ist x-fach umgeschrieben worden. Wobei, ja gut, du kannst natürlich jetzt irgendwie daher ableiten. Wahrscheinlich haben sich, äh, weiß ich nicht, die haben das wahrscheinlich aufgeteilt und jeder von denen hat dann irgendwie einen Handlungsstrang entwickelt und dann so durchgezogen. Mhm. Aber dahingehend fand ich es dann wiederum komisch, dass dann Folge 5 dann irgendwie von zwei Autorinnen oder Autoren war, will ich mich jetzt nicht festlegen, die da nie wieder aufgetaucht sind. Wo ich mir dann so dachte, aha, hattet ihr da jetzt Rewrites oder war das das ursprüngliche Skript? Oder, das, das wirkte total chaotisch und, ja, weiß ich nicht, dann, ich mein, Writer's Room, das ist ja heutzutage nichts Neues, aber vier Autoren an einem Skript, das ist schon hart. Und da kann man halt auch überlegen, ob die jetzt alle, äh, zusammen daran gearbeitet haben oder ob das halt zig Versionen waren, die dann irgendwie völlig, völlig zerschrieben wurden. Äh, was dann im Hinblick auf dieses Hauruck-Ende vielleicht dann auch, äh, sich ein bisschen erklären würde. Naja, also ich glaube, wir, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, äh, aktuell, also ich glaube, wir wissen, wir fanden es alle nur so mittelmäßig bis schlecht. Mhm. Ja. Ja, der, Manuel verteidigt es ja, äh, zumindest tapfer. Ja, also ich fand's. Tapfer. Aber auch Manuel sagt doch, ich denke, ähnlich wie ich auch, nicht, dass er es gut fand, sondern, dass er es halt nicht so schlecht fand wie ihr, oder? Das ist ja, ist ja ein Unterschied. Ich find's halt, ich find's sehr unfair, es einfach so, äh, niederzureißen, weil so scheiße ist die Serie nicht. Äh, sie hat Chancen verpasst und ich geh auch bei ganz viel Kritik mit, aber man kann's sich auch angucken. Und sie ist, glaub ich, auch eher wahrscheinlich einfach für ein Publikum gemacht, das nicht wir sind. So. Ist aber nett, dass du nicht ZDF-Publikum gesagt hast. Ja, die mögen, wenn's, äh, wenn's Pilch hat. Aber, ähm, ja, obwohl da stelle ich mir auch so die Frage, äh, Zielgruppe, wer, wer, wer ist jetzt wirklich die Zielgruppe dafür? Weil der wissenschaftliche Kontext ist halt schon sehr, äh, versimplifiziert, hab ich den Eindruck, oder simplifiziert. Und auf der anderen Seite ist es dann aber, ja, weiß ich nicht, an, an vielen Stellen einfach viel zu geschwätzig. Ich glaube, die Zielgruppe sind Menschen, die das Buch überhaupt nicht kennen. Ja, das auch. Weil du kannst nur enttäuscht sein, wenn du das Buch kennst. Ja, ja, also, ja. Ja, das, das wäre mal interessant, wenn wir jemanden hätten auftreiben können, der, äh, das Buch mag und, äh, die Serie, äh, ganz ordentlich fand. Also, das, äh, können sich gerne welche in den Kommentaren melden von euch. Äh, da draußen, aber. Man neigt ja immer dazu, etwas schlecht zu finden, wenn man die Vorlage kennt und die gut fand, so. Ja, also, das. Aber hier ist halt wirklich, die Abweichungen sind eigentlich so teilweise gravierend, dass man eigentlich gar nicht mehr von einer Buchverfilmung vielleicht sogar sprechen kann. Man hat dann, das ist so wie, es basiert auf einer wahren Begebenheit und davon waren vielleicht, dann weiß ich nicht, gut, äh, es gab einen Mann, der hatte eine Tochter, das ist die einzige wahre Begebenheit, der Rest ist frei erfunden. Ungefähr so wirkt das hier auch teilweise. Also, es ist ja keine richtige, also, man hat ein paar Ideen geklaut aus dem Buch, aber dann trotzdem irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Aber halt nicht so doll gemacht. Aber, ja, ich wollte nochmal auch was Gutes hervorheben. Ich fand, was ja aber, wo sie auch eine Chance verpasst haben. Ich fand, das war auch so ein spannender Aspekt, zu diskutieren, okay, rotten wir die Irre jetzt aus, wir haben die Möglichkeit oder machen wir es nicht. Das war ja wirklich so ein innerer Konflikt zwischen den Parteien. Das haben sie halt auch nicht schön ausgearbeitet. Das wird dann auch relativ ratzfatz verworfen. Das ist ja dann auch im Buch auch ein ganz zentrales Thema, weil hier sind wirklich zwei Parteien, die da komplett konträr sind und jeder versucht seinen Standpunkt da durchzusetzen oder seinen Plan da durchzuführen. Und das ist ja grundsätzlich das, was da zur Action führt in dem Buch. Dass man, es gibt die eine Seite, die egal was komme, die Irre einfach vernichten will und ja dieses Schadstoff ja im Geheimen erforscht hat, auf einem zweiten Labor auf dem Schiff, unabhängig von den anderen Forschern. Und das wird dann leider dann halt hier auch ausgespart. Es kommt ganz kurz hoch und dachte ich, oh geil, okay, vielleicht spalten sich jetzt die Forscher so in zwei Lager und es kommt mal ein bisschen, ja, ein bisschen Spannung rein, aber ist ja dann auch nicht so passiert. Aber trotzdem, ich fand's gut, dass sie es zumindest mal erwähnt haben. Ich glaub, da war die Serie schon zu weit fortgeschritten dann, ne? Also das war ja ein anderes Problem. Ja, so was hätte man halt machen können, wenn man die Handlungsstränge einfach schon viel eher zusammengeführt hätte und dann vielleicht auch einfach, ich mein, ein gewisses Konfliktpotenzial gab's da sogar, also auch hier, was vor allem Leonie Bennischs Figur angeht. Ja, man hat halt nix draus gemacht und lässt dann einfach nur Oliver Masucci, wie absolut Heinz Doof, dann irgendwie sagen, ja, wir ballern jetzt alles Ketamin, was wir haben, ins Meer rein. Oh, Mann, das war echt so. Und so richtig auseinander damit gesetzt haben sie sich ja auch nicht. Sie sagen ja nur, ja, können wir nicht machen, so viel Ketamin haben wir gar nicht. Ja, das fand ich aber ehrlich gesagt mal eine ordentliche Begründung. Ja, stimmt, die habt ihr jetzt nicht verstanden. Auch aktebasiert. Ja, aber das war keine Auseinandersetzung mit dem an sich, sollten wir das überhaupt tun? Nee, nee. Ja, aber so viel haben wir gar nicht. Ah, okay. Ja gut. Das ist doof. Es wurden halt Aspekte aufgeworfen im Hinblick darauf, wenn wir die vernichten, wie wirkt sich das dann auf, ja, die Ökosysteme, das Meer insgesamt aus und natürlich dann auch auf uns als Menschheit, ne? Aber das waren so Aspekte, die werden halt so aufgeworfen und dann darf halt ein Oliver Masucci das halt irgendwie so scheiße kommentieren. Boah, ganz ehrlich, der tut mir so leid, weil ich mag den unheimlich gerne und der hat wirklich absolut nichts zu tun, also er hat vielleicht ein bisschen mehr zu tun als Klaas, der wirklich so lucky to be hier ist, aber ja, mehr ist da auch nicht, also, hm, ja. Aber um vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr noch Aspekte, die ihr unbedingt ansprechen wolltet? Vielleicht, Manuel, ihr noch was? Ich noch was? Nö, ich glaube, wir haben mittlerweile fast alles gesagt, oder? Ich hab nichts mehr. Haben die anderen noch was hinzuzufügen? Lieber nicht. Weil dann, äh, würde ich nochmal drauf kommen, was wir ja schon so mehrere Male gestreift hatten, äh, eine potenzielle zweite Staffel, würdet ihr die überhaupt sehen wollen? Also man kann ja aus Fehlern lernen. Mhm. Ja. Also ich würd wahrscheinlich, äh, mir's angucken, wenn, und dann halt gucken, wie's, ich weiß nicht, was die Idee sein wird, ne, wenn sich vom Buch lösen, ob das gut oder schlecht sein wird, keine Ahnung. Äh, wenn man aus Fehlern leert und vielleicht irgendwie das in ein bisschen eine andere Richtung macht und, äh, Dinge verbessert, aber ich glaub, ehrlich gesagt nicht, dass es passiert. Aber, ich mein, die Zahlen sind ja nicht so scheiß. Tatsächlich. Also wenn man jetzt, was war das irgendwie am ersten Tag? Fünf Millionen und jetzt waren's noch... Sieben Millionen sogar, also Tagessieger. Oder sieben Millionen, dann fünf und jetzt vier. Also es geht schon schlechter, ne, für drei aufeinanderfolgende Tage und das nicht mit Mediatheken-Zuschauern. Ja. Ja, es ist aber auch, äh, eklatant eingebrochen, dann schon am zweiten Tag, ne, also die Premiere hatte irgendwie 6,8 Millionen, also wirklich fast sieben Millionen und dann ist es aber wirklich um, ich glaub, 1,5, äh, Millionen, also rund 20 Prozent eingebrochen. Ja, aber für unter der Woche ist das nicht schlecht. Ich weiß nicht, wann lief dann, äh, drei und vier, war dann nicht auch gleichzeitig Champions League und so, also weiß ich nicht. Und da ist es recht konstant geblieben. Also das waren dann 4,5 Millionen statt jetzt 5, irgendwas, also mein Gott, und die Leute holen das dann in der Mediathek nach. Genau, und man muss doch auch mal gucken, was ist im Verhältnis, also mich würden die Gesamtzahlen mal interessieren, also Gesamtzuschauerzahlen versus das, was reingesteckt wurde an Geld, das muss ja eine Erwartung da sein, was, was an Zuschauerzahlen mindestens bekommen haben möchten. Und dann glaube ich tatsächlich, dass es sehr viel mehr, ähm, Streamings in der Mediathek gegeben hat, als wir das meinen. Also ich glaube, das reißt wahrscheinlich eine ganze Menge raus. Ja, in der Mediathek ist das Ding, äh, ziemlich erfolgreich gewesen. Also es war ja auch schon, äh, also die ersten Folgen waren ja schon zwei Wochen vor, äh, der regulären Ausstrahlung verfügbar und, äh, das ist ganz klar, dass ZDF oder insgesamt einfach viele Sender und, und Streaming-Dienste, äh, setzen halt vorrangig darauf, ne. Also selbst bei, bei Warner ist das so, dass, äh, weiß nicht, hier bei Dune zum Beispiel, da war ausschlaggebend, ob der Film im Stream erfolgreich ist und gar nicht mehr so sehr im Kino, ne. Ne, das ist natürlich auch keine schöne Entwicklung. Äh, ja, natürlich, man kann aus Fehlern lernen. Ich meine, es ist ja noch einiges an Content aus dem Buch, den man jetzt halt so, so zusammenkratzen, aufschaben und dann einfach da reinkippen könnte. Und dann erzählt man vielleicht mit Leonie Bennisch so eine Art Rip-off von, weiß ich nicht, Angriff der Körperfresser oder Annihilation. Aber, ach, ich, ich weiß echt nicht, ob ich's mehr ansehen will. Vor allem, es haben, es haben auch echt erstaunlich viele, die im Buch auch schon über die Wupper sind, leben hier noch. Und ich weiß nicht, ob ich die unbedingt alles so wiedersehen möchte. Die können ja früh sterben. Ja. Also wenn sie daraus lernen, ich meine, man sieht jetzt auch gar nicht so richtig, also das Ende lässt dann ja schon, lässt ja viele Fragezeichen offen. Oder sieht man irgendwo, dass sich Krabben zurückziehen oder dass die Irren sich quasi, ne, das sieht man ja alles gar nicht. Das heißt, das könnte man dann zeigen in der zweiten Staffel und dann könnte man ja vielleicht dann doch das aus dem Buch aufgreifen, dass dann das Militär sagt, hey, Moment, wir wollen nicht, dass das nochmal passiert. Jetzt schicken wir aber mal die Kriegsschiffe und versuchen die zu vernichten und daraus dann irgendwie einen Handlungsstrand zu machen. Und dann hat man eben der Charlie Wagner, die jetzt aber ihr in sich trägt und sagt, nein, das ist meine Familie und meine Eltern sind auch in mir getrunken und die sind jetzt in mir, ich möchte das nicht und keine Ahnung und dann dagegen ankämpft. Ja, da könnte man schon was draus machen. Wenn so die erste, zweite Folge gut wäre, würde ich dann vielleicht auch dranbleiben, aber wenn ich dann schon wieder merke, die starren Witter nur auf Bildschirme und es sind immer nur in so bläulichen Räumen, alles ist immer abgedunkelt, dann denke ich mir. Und immer wahnsinnig viele Nahumnahmen, die wirklich so, boah, dann bin ich da wieder raus. Also man hätte noch Potenzial tatsächlich, man kann das vielleicht, das Ruder noch rumschmeißen. Aber ich glaube, das soll nicht respektierlich wirken, aber ich glaube, das ZDF würde das gar nicht so machen. Weil wenn die jetzt ja merken, das ist ein Erfolg und wir machen das, dann verbuchen die das an Erfolg und dann nehmen die für sicher an, ja, so wie wir es gemacht haben, ist gut. Und dann machen die das auch so weiter. Dann sehen die ja gar keinen Grund dazu, das zu ändern. Ja, vor allem ist halt, es ist halt so die Frage, was sie sich so von der Kritik annehmen. Also das war ja auch so ein Ding. Ich meine, Frank Schätzing hat sich ja schon wirklich harsch geäußert. Also bei ihm fiel ja auch dann im Interview mit Welt fiel dann auch so hier böse Wokeness und so. Da muss man jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber zum Beispiel Barbara Eder hat ja beispielsweise gemeint, also sie hat den Schätzing wohl nie getroffen. Also die Regisseurin jetzt, Barbara Eder, sie hat den nie getroffen und war dann aber der Meinung, ja, am Ende konnte er halt, wie das so bei vielen Autoren ist, einfach sein Werk nicht loslassen. Ja, also die Argumentation kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber sie passt hier nicht. Und leider muss man sagen, das Schätzing, es tut mir auch in der Seele weh, weil ich den Mann wirklich wahnsinnig unsympathisch fand, als ich ihn einst getroffen habe, in der Betriebsküche. Und man muss ihm leider wirklich in vielen, vielen Aspekten beipflichten. Vielleicht nicht in dieser wirklich zersetzenden Härte, aber es ist halt schon, es hat halt schon Gewicht, was er von sich gegeben hat, muss man sagen, leider. Ja, man muss dem Schätzchen ja zugute halten, dass er ja schon eine gewisse Vision hatte mit dem Buch. Ja. Und die kommt in der Serie nicht rüber. Nein. Also generell hat die Serie keine Vision. Und dann kann ich das schon verstehen, wenn einer, ich meine, ich weiß nicht, über wie viele Jahre er Gespräche mit, was weiß ich, mit welchen Schleimern da gemacht hat, die alle gesagt haben, ah, wir wollen gerne die Rechte deines Buchs haben, wir wollen das jetzt so und so verfilmen, wir holen den und das und jenes und ach, du bist auch mit an Bord und so. Und dann fängt es an und dann, weiß nicht, kriegt er vielleicht den ersten Drehbuchdraft und dann heißt, nee, Militär lassen wir raus, das ist uns zu heikel. Ah, nee, nee, die Japaner, ja, ich weiß, das sind so Walfänger und so, aber nee, das müssen die Helden sein, weil die zahlen nämlich auch ein bisschen Geld. Ah, nee, nee, wir können New York nicht untergehen lassen, das ist, das ist die UN und so und das ist zu heikel. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann denke ich mir auch, hä, wollt ihr mein Buch überhaupt noch verfilmen? New York brauchen wir für die bedeutungsschwangeren Konferenzen an Tischen im B-Raum so ein bisschen. Genau, genau, richtig. So, und da wäre ich auch pisst, also ganz ehrlich. Ja gut, ich würde sagen, wir machen mal den Deckel druck. David und ich, wir tuten da so ein bisschen ins selbe Horn, es ist irgendwie ein bisschen egal alles. Ja, man wird sehen, also ich glaube nicht, dass eine zweite Staffel kommt, man hatte ja gehört, dass die, also hatte ich jetzt auch gehört, dass die beim Dreh irgendwie alle sehr hoffnungsvoll waren, dass sie irgendwie noch, noch weitermachen wollen, äh, selbst Klaas Häufer-Umlauf, wo ich mich dann frage, wie soll der zurückkommen, aber ja gut, ich meine, es ist ja einiges möglich mit dem, mit dem Viechzeugstar, ne. Wir werden es sehen, was auf jeden Fall mir deutlich mehr Spaß gemacht hat, jetzt als die eigentliche Serie ist, mit euch drüber zu reden, im Guten wie im Schlechten. Dafür danke ich euch, natürlich auch Torben nochmal und natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr dürft uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch die Serie vielleicht besser gefallen hat und ganz ehrlich, ich möchte wirklich, dass jemand aufkreuzt und sagt, ich mochte das Buch und ich mochte die Serie. Unbedingt, also geht raus, schaut die Serie zumindest, also gebt nichts auf unsere Meinung, bildet euch eure eigene. Ja, das, das auf jeden Fall und, äh, ja, Fans des Buches, äh, dürfen natürlich uns auch gerne schreiben oder wie ihr das Ganze eben so wahrgenommen habt, ob ihr vielleicht da draußen auch eine zweite Staffel sehen wollt oder nicht, äh, ich bin da so eher so, hä, lass mal, aber das könnte ja auch wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, ne, also, das hat sich ja jetzt hier schon mit der Produktion hingezogen und, ja, aber weiß, ob's dann überhaupt zustande kommt. Britt-Marie, Manuel, David war eine sehr, sehr schöne Runde und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ihr dürft auch entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr das machen wollt und vielleicht auch noch so, wenn ihr eigene Projekte habt, die vielleicht auch noch ein bisschen bewerben. Und ich sag schon mal Tschüss und, äh, ja, der Schmarrn ist es nicht, aber irgendwas dazwischen und ich bin raus. Na, dann mach ich einfach den Anfang, kein eigenes Projekt zu bewerben, aber es war auf jeden Fall lustig, mich mit euch zu unterhalten. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich nutze die Gelegenheit... Ladies first. Ich nutze die Gelegenheit, äh, kurz mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für Trackgasm. Äh, das ist mein Star Trek Podcast oder eigentlich unser Star Trek Podcast, den ich mit einer Truppe von Freunden mache und wir besprechen die neuen Serien, aktuell sind wir bei PK Staffel 3 und ihr seid herzlich willkommen reinzuhören, wenn ihr mögt. Danke, Tschüss. Ich, äh, bedanke mich auch bei der Runde, die Besprechung hat mir auch enorm viel Spaß gemacht, äh, und wer möchte, darf gerne beim Planet der Filmaffen den Podcast reinhören. Uns gibt's auch überall, wo es gute Podcasts gibt und ich sage auch Tschö und vielleicht bis irgendwann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. Vielen Dank.